Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei TTT Mitarbeiter, die TTT Crew. Mein Spiel öffnet sich grad nicht, tut mir leid. Anfangs Gag. Kondera, Juli, Liquid, Dalu, Nils, Fisk und der Granz. Hallo. Quack quack. Mein Spiel wollte sich nicht mehr öffnen, Entschuldigung. Julis Trader die Runde. Julis Trader die Runde. Und Granz auch. Hey, wer hat in meinem Blumentopf geguckt? Bin hier am Rumhick. Wie bitte? Kannst du es nochmal wiederholen? Rum was? Verstehe dich nicht, Juli. Ich finde keine Worte. Das tut mir echt nicht. Dalu, Nils ist es. Wer, Nils? Nils rolliert sich mit einem. Und Nils hat ihn nicht ... Ey, Nils! Oh, oh. Berthürer! Lauf, Dalu! Ich hab's geschafft. Oh, ich hab den Boomerang. Ich hab den Boomerang aufgehoben. Nils hier oben. MacFly, Juli oder Liquid. MacFly hat nicht auf mich geschossen. Ich bin's nicht. Also Juli. Juli hat ... Eure Logik immer, ne? Ist irgendeiner was gerade? Ich hab Grans Leiche gefunden. Hey, wer schießt da? Ah, ba 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 ba! Ba 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 ba! And he's back! Ich hab Grans Leiche gefunden. Und da hinten. Damm. Mal das. Ist durch die auf jeden Fall Traitor. Wo ist sie denn? Sie sind in Spawn. Ach, sie sind ... Oh, so. Come on. Cam! We're back! Is Jam there? Und Nils wird Schampeck. Hauptsächlich wird gekocht, blockt bei der Brombe. Ich hab' keinen Spruch. Geht nur mit Spruch. Ja, wofür kauft man das Ding? Bam, 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 bam. Wer will ne Huge? Teil eines. Alter. Biskose. Biskosellung. Juli, du Blogger. Was, Blogger? Ja, sie ist Blogger geworden. Universal.de. Auf Tumblr und so. Auf Tumblr? Ja. Und so? Nein. Geht direkt, schieß wer. Dalu. Dalu, kommt ran, Dalu kommt ran. Juli, geh nicht da runter, das ist ne Todeszone. Einen hab ich erwischt, Kunan glaub ich. Hätte aber ans Gesicht geschossen einmal. Friends, was machst du? Da unten sind die. Einfach muten und schluss. Ja, aber wo bist du? Ich bin hier oben mit dem Deete. Okay. Man, da könnt ihr auch woanders wieder hochkommen. Ey, er ist rechts oben, Fisk, hinter dir. Shit. What? Was? Wo? Oben auf dem... Ach, da oben. Jesus. Oh mein Gott, irgendeiner ist tot. Ich schieß einfach auf den. Es ist nicht mehr Fisk gescheiben. Wo ist... Wo ist jemand? Ich hab sein Bein gesehen, ey. Die Kacke. Von mir erschossen. Da oben war ich. Da war ich das erste Ob, bei Nils, ne? Da hab ich gar nicht mitgekommen. Die Ecke war eigentlich... Ich glaub, Fisk wär einfach vorbeigerannt sonst. Ich wollte, dass er an der Tür steht und wollte ihm nur in die Hapu den Rücken jagen. Achso, ich dachte, du willst eigentlich nur abhauen, sozusagen. Also... Ich hab ja erst Gefühl, dass du irgendwie nen Radar oder so. Weil eigentlich dachte ich, die Ecke ist echt gut. Da saß noch keiner. Da saß auch noch keiner hinter den Kisten. Eins bei der Hole in the Food. Oh, geil. Das beste Item auf der Map. Wie fandet ihr das EM-Finale? Wie fandet ihr, dass ich Fisk grad gepopkelt hab? Ohhhh! 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 War cool. Mein Gott. Wow! Auch nicht unverdient gewonnen. Also das Ende fand ich asozial. Wieso? War glaub ich der längste Torwartabstoß der Welt. Und die längsten andauernden Freistoß, äh, Stöße der Welt. Ja, aber da, das wird halt... Ja, klar ist das nicht cool, aber trotzdem, es wird halt in jedem Spiel in jeder K.O.-Runde gemacht und... Ja, trotzdem ist halt asozial, wenn du das... Es ist halt... Ich find das nicht schön. Ach, das ist nicht mehr taktisch, das ist einfach nicht schön. Aber... Sie sind dem aber auch absichtlich ins Knie gesprungen, ne? Das muss man beim Franzosen auch sagen. Es wurde ja gesagt, also, sie müssen gucken, dass sie ihn neutralisieren. Das war nicht schön. Das war nicht schön. Warte. Also ich fand sie am Film. Ich mein, am Ende macht halt... Warum? Weil sie die ganze Zeit im Kauf... Weil sie alles was im Kauf gewonnen. Nein, ich bin grün. Siehste Hulk? Ja, Innozen sind grün, links und unten. Das kannst du sonst nicht sagen. Dies! Ja. Au. Tor. Tor! 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 Hat mich noch einer angeschossen oder ist du mich angeschossen? Warte, war Fiskus eben auch noch da? Fiskus, der ist schon länger confirmed. Ja, zählt als gehalten. Aber ich hab keine Waffe mehr zum Schießen. Warte hier, leck. Egal, ich bin Torwart, außer Hand. Da, hinter dir liegt ne volle, neben dir liegt ne volle Schrot. Aber irgendwie nicht mehr so viele Leute liegen. Ja, wir sind hier allein noch zu viert. Doch, wir sind doch alleine. Umi hat mir hier ne Granate gedroppt. Ich weiß nicht, was das für eine ist. Ich werf die mal weg. Überraschung. Bin bereit. Überraschung. Wo ist sie? Okay, bengalisches Feuer wurde gezündet. Es war einfach ne Disco, Jungs. Jaa. Ich seh den Ball nicht mehr. Ja, Tor. Ah, hier halt. Ja, das reicht. Ach, wer ist denn hier? Juli, stür mal den Platz. Ich lass die mal unten. Juli macht nen Flitzer. Stimmt, ja. Nackt. Bin mir eigentlich relativ sicher, dass es Juli ist. Hey! Jawoll! Ne, ne, ne. McFly hat ihn. Coon Run liegt so falsch. Ich hab ihn! Der war nicht. Aus. Der Traitor ist jetzt da. Von uns muss es ja sein, ja. Wann ist denn mal der Rauf hier eigentlich weg? Wir sehen ja gar nicht mehr den Gang. Keine Ahnung. Der ist uns ausgegangen. Warum ist Fisk tot? Der ist schon die ganze Zeit tot. Ja. McFly ist es. Ja. Der wurde geprobt, Gelder Mann. Hatte die Minen. Äh. Wo? Egal, der kriegt jetzt eh nen Legal Headshot. Warte, der kriegt nen Legal Headshot. Ganz unten, oder? Welche Tat? Gieß der? Gut. Leute, wieso haben die nicht getriggert? Genau ein Zentimeter vor der Biene stehen. Ja. Ah, okay. Habt ihr ihn gesehen, Nils? Ne, hat er nicht. Ich hab's ja gesehen. Genau davon stehen. Ich dachte grad, wieso triggern die nicht, ne? Ja. Ich dachte, er hat's gesehen. Aber am Anfang, das war so schön, einfach. Ja, was hat das denn, Grant? Es war einfach, das musste gemacht werden. Aber dann verrätst du dich doch immer. Ja, aber es ist halt mein Ding. Ja, Prop der Nils erlaubt. Der Airbus. Das ist nicht erlaubt. Trotzdem wird er, trotzdem wird das Wort getötet. Der Airbus. Ja, weil er ja auch, wie er's gesagt hat, hat in ihrem Eifel. Der Airbus. Ja, ich weiß, da hängt man immer. Voll hängen geblieben, Mann. Juli hängt an ihrem Schiff. Ja. Müsst ihr echt? Nein, ist sie nicht. Aua, wird gehauen. Please. Vorsicht, Mikrowelle. Noch nicht heiß. Hey. Oh, wenn die exklusiv werden. Leute, jemand hat hier grad das Ding geöffnet. Unteren hat Angst. Ja, natürlich hab ich Angst. War's geöffnet? War's geöffnet? Sorry. Ah, es ist rot. Juli ist es. Juli ist es. Boomerang verloren. Oh. Moment. Es ist rot. Ey, Fisk, so rum geht man aber nicht auf ne, auf ne Bank eigentlich. Juli ist am Sport. Ich find das bequem. Ich hab Juli. Julis Classics, ey. Oh, Mann. Aber wer hat die dann gedroppt? Ist die andere Frage. Oh, ein bisschen zu. Ey, warte mal. Nils hat Boomerang. Boah. Ach, schon, schon, schon. Stopp. Doch. Dalu muss es sein. Da hat die Tür zugemacht. Shit, da wird gemordet. Wo? Der da drin ist, Kunran. Da ist es. Ja. Oh. Da ist ne Banane. Vorsicht. Da ist ne Banane. Das ist kugelsicheres Glas. Ja. Mhm. Renz? Maxi, Maxi! Das ist nicht euer R. Dalu war's. Er spawnt hinten wieder, Kunran. Gönn ihn dir. Was? Ich bin einfach wie so ein Berserker reingerissen. Ich hab sie alle getötet. Er ist schon gespawnt, aber was tickt denn da? Er steht rechts in der Ecke direkt. Oh Gott. Boah, die... Ach, die haben die Dinger aktiviert. Der wird durch den Hoden abgehauen sein. Wohnt durch? Der ist doch zu. Er... Er könnte durch den Hoden abgehauen sein, hab ich gesagt. Er ist im Aufzug. Ich bin im Aufzug! Warum hast du auf mich geschossen? Hab ich nicht! Ich hab nur den Schacht grad aufgemacht. Bevor du da rum... Ja. Er schießt mich jetzt, wenn der Aufzug aufgeht. Dalu war immer noch im Spawn. Ja, ich... Dalu, hab ich dich getötet oder was? Nee, ich hab ihn getötet. McFly hat mich einfach abgeschossen. Er war hinter Grants nämlich, ja. Ich war hinter dir. Ach hinter dir? Du hast sie einfach nur erschrocken oder so. Ja, weil Grants mich abgeknallt hat. Ja, weil ich hab nicht gewusst, dass da noch so viele stehen. Okay. Vor allem... Es war doch klar, dass es einer von euch beiden ist. Und Grants ruft halt auch noch McFly und ich kriech halt den Schuss ab. Und ich bin tot. Aber McFly, wieso bist du ja nicht eskaliert? Weil es musste doch einer von euch beiden sein. Nein. Aber ich hab ihn nicht gesehen. Er hatte mich gar nicht gesehen. Achso. Ich stand hinter ihm. Aber wie hat er dich denn getötet? Ja, er hat sich erschrocken. Und hat dann sich umgekriegt. Die rote Mikro, ey. Oh, es lockt in trocken. Furchtbar. Das war schon wieder. Das hab ich gar nicht mitgekriegt. War wunderschön. Oh, das war knapp. Oh, finde ich wohl geschossen. Lol. Ey, nein, 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 nein. Geh mal weg. Grants schon wieder. Was? Ich bin... Hä? Diesmal war ich's wirklich nicht. Doch, Grants, das war's. Was hast du? Okay, Nils, lass das. Magnetus, die gibt's nicht mehr. Ach, da wissen. Hä? Ich hab überhaupt niemanden geschlagen. Nein, aber du hast mich einfach angeschossen. Blitz, Kundran und Liquid. Oh! Kundran ist bei mir! Und er schießt auf mich, Leute! Vorne! Well, weg. Das war Nils. Pff, keine TNR. Wieso denn? Nils ist doch Traitor. Geh. Und der andere war doch Dingens. Kundran, hat Dalu gesagt. Ja, Kundran? Echt? Keine Ahnung. Was ist denn da? Steht hier die Stellung. Nach vorne. Lauf nach vorne, Juli. Lauf mit nach vorne. Warum schießt du mich von hinten? Ne, ich halt... Pass auf, dass hier keiner... Vorbei sneaked. Er ist schon vorbei gesneaked. Kundran, wo bist du? Ja, er hat irgendwelche Lüftungsschächte. Ja, hier ist ein Lüftungsschächte. Er müsste wieder spawnen. Er müsste wieder spawnen. Er empfiehlen. Los, Juli. Schnapp ihn dir. Rein mit dir. Das war der Dete. Ja, hier hinten ist er nicht. Doch, der spawst doch hier. Er müsste wieder gespawnt sein. Wo denn? Ich hab ihn gerade gekillt. Da ist er doch. Da ist er auf dem Wind. Das wurde versteckt, ey. Oh Mann. Hey. Ich hab mich schon voll rein versteckt. Der tanzt auf dem Tisch, du. Ach was? Das ist nämlich sehr langer... So halb auf dem Boden. Ich hätte wohl doch geblitzt. Der hat's überlebt. Krass. Pisk, warum hast du mich gekillt? Oder wie? Ich hab's gesehen mit dem Blumentopf. Ach so. Das war super. Ich hab das gesehen. Weg da. Gibt halt keinen John Cena. Doch. Bitte John. Bitte John. Bald gibt's die Tim-Wiese-Bomb. Habt ihr den... Oh, den Freak. Was sagt der dann? Ja, was gibt's für gute Tim-Wiese-Zitate? Gar keine. Gar keine. Ach, irgendwas gibt's da garantiert. Oder nimm halt irgendein anderes Bremen-Zitat. Das ist keine Fisk-Bomb. Und die Tim-Wiese-Bomb. Wart er noch will du Öffn? Hoffenheim? Gespielt? 43 nennst du das? Oh no wallah. Ohh, 재pills. Los jetzt kann man aus'm Flugzeug raus, der muss die Tür aufmachen. Das ist'n嘛, das ist ein... Oh Gott. Wir haben jetzt keine Schwerkraft mehr im Flugzeug. Kann man dann erst raus? Base Shuttle. Kann man jetzt wirklich raus? Das ist ne volle. Raus kann man auf jeden Fall. Ja eben. McFly wollte gerade zwei Leute abschieben. Ich dachte das wäre hier so kaputt schießen. McFly. Jetzt kommt schon wieder ein Schuss durch das Glas. Er hat hier einen gesperrt. Ey da unten war gerade einer. Ach zu bitte. Wollen wir hier zu machen? Das wollen wir gerade. Oh man kann sogar wieder zumachen. Zumachen. Ich bin ganz alleine in der Kammer mit rotem Licht. Das haben schon ganz andere zu mir gesagt. Kann man das hier zumachen? Aber dir hast du das Zeit. Wenn du wüsstest. Die wilden Kerle. Kann man das hier zumachen? Nein. Oh hey. Ey da unten war ein Kopf. Was? Hier sind Köpfe? Ja die kommen letztlich da rein. Hallo. McFly ist da. Wer ist da? Ging mal hin. Ja wir sind hier drinnen. Warum sind die hier? Wir bräuchten so einen Mini-Fire. Weil wir hier reingespringen sind. Warte. Kann ich von unten gegenspringen? Dann geht es? Ne. Au. McFly wird angeschossen von der Shotgun. Da muss ja einer von unten durch gewesen sein McFly. Nicht von uns hier oben. Da muss einer hier. Juli. 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 Ganz unten Juli. Ich seh hier nichts. Hier ist keiner. High five. Nein. Ich hab... Hallo hinter dir da. Ja ich muss erst Juli killen. Ich seh nichts. Ey Kunran der der da oben ist geradeaus durch. Der hat ihn gemacht. Ich schieße auf ihn. Vorsicht. Hab ihn. Derjenige war das. Oh. Granate kam hoch. Nein. Alles gut hier unten. Das ist ein Smoke. Juli hab ich gekillt. Hey halt warte. Dann sind die anderen wieder respawned. Wer habt ihr denn getötet? Weiß ich nicht. Oder was? Was? No way. Ah ok du hast ihn gekillt. Oh schade. Wer war das? The Liquid? Okay. Ciao. Ciao. Servus.